hallo meine lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video ich habe unten zu meinen füßen habe ich ein paket liegen eine rituals box habe ich letztens von der lieben grüner zugeschickt bekommen ja die war voll vollgepackt natürlich wieder kennt ihr ja mittlerweile und ja und jetzt bin ich wieder dazu in der lage wieder ein trashpäckchen zu machen und hat dann halt bei instagram gab es eine dame der habe ich schon mal getauscht und sie meinte dann mal zu mir hör mal wenn du noch mal lust hast ja und ich weiß dass das trashpäckchen mit ihr zusammen ein schönes trashpäckchen war es war jetzt nicht so dass ich alles gebrauchen konnte das kann ich ja fast nie aber das hat mir schon gefallen mit ihr und da dachte ich mir dann schreibe ich sie an weil sie meinte schreibt mich an wenn du noch mal kannst ja und hatte ja so ein paar sachen wieder und da dachte ich mir jetzt geht's los und ich wollte euch natürlich jetzt zeigen was dabei ist sie hat mir die tage geschrieben dass sie auch noch ein hochpreisigeres produkt dabei liegt und dann dachte ich mir dann lege ich ja auch noch eins dazu weil da muss ja ein bisschen fair bleiben ich habe mir dann meinen mac lady danger lippenstift ihr dazu gelegt lady danger ist wirklich eine sehr tolle frühlingssommerfarbe und der ist so gut wie nicht benutzt schaut euch das mal an richtig tolles sommerrot das habe ich mir auch glaube ich letztes jahr erst gekauft aber ich habe mich ja von allen mac lippenstiften verabschiedet selbst mein heiß geliebter russian red ist mittlerweile weg also demnach wünsche ich dir auf jeden fall viel spaß damit so dann habe ich letztens irgendwann ich glaube das war auch in einem trashpäckchen bin mir nicht mehr sicher doch ein trash war das war sogar ein richtig tolles trashpäckchen gab es diese nix palette dazu den lippenstift oder lipgloss der war nicht mehr dabei ist aber auch nicht so schlimm aber die palette nicht dass die mir nicht gefällt ich finde die sehr schön aber ich finde die es einfach zu dick natürlich könnte ich die lidschatten und den highlighter und was ist das andere sind beides highlighter und russ vielleicht ich könnte die sachen die potten aber ich habe angst dass da was kaputt geht und das ist jetzt nicht so als hätte ich hier total mangelware an puderprodukten und deswegen dachte ich mir bekommst du das dann habe ich hier eine xxl rose palette von rival de loup die habe ich meinem letzten trashpäckchen wo ich jetzt nicht ganz so begeistert von war habe ich dabei gehabt da ist ein lidschatten hier oben bisschen kaputt ich werde die auf jeden fall gut auspolstern dass da nicht noch mehr schaden passiert hier ich bin ja jetzt nicht dieser rose golden fan aber so an sich sind die farben nicht schlecht muss man sagen aber ich dachte mir kommt so weg ich persönlich bin auch jetzt nicht so ich weiß nicht also so ein paar einzelne doch ist es fangen an zu lügen also diese tollen paletten von hier diese auch sind ja auch von rival de loup diese nights of remember und so weiter die sind ja schon toll also deswegen will ich zurücknehmen dass ich kein fan von den über de loup lidschatten bin aber irgendwas ist jetzt an dieser lidschatten palette vielleicht die aufmachung vielleicht dass die hülle also die umverpackung und so ich bin ja schon so ein bisschen opfer von schönen verpackungen und die catch mich einfach nicht deswegen gebe ich sie wieder ab und vielleicht hast du ja mehr freude so ein verpackungsopfer das schlimm so dann auch von rival de loup der ist zwar schön aber ich habe da so sowas in der richtung selber und zwar ist das ein schimmer powder da habe ich da kann ich euch mal zeigen ich habe ich habe nämlich da hinten so und zwar das hier ist das was ich jetzt schicke das ist so ein schimmer powder wie gesagt und die ursprungsform gibt es halt von bobby brown da ist das ist halt so ein schimmer brick das hier ist halt meins und das ist eine nuance rosea aber das hier würde ich habe das mich auch mal verwenden benutzt wie man sieht hier mal so drüber gegangen und dann mal ausprobiert das ist eh zu dunkel für mich deswegen kommt das auch wieder weg so dann haben wir von so susan haben wir dieses universal blush ich denke das ist auf jeden fall ein ton den viele gut stehen könnte wenn man nicht gerade rote haare hat also das war nicht schlechter bei meinem letzten trächtchen so dann haben wir hier noch den das hatte ich auch im letzten drin das von man hätten wenn man grüne lidschatten gerne trägt ich selten ich mag es irgendwie lieber blau so richtig schön 90er ja gut dann aber auch verblendet und ist nicht nur blauer lidschatten schön bis zur augenbraue hoch ne aber grün trage ich selten obwohl grün wirklich eine schöne farbe ist aber ja ich denke mal so grün bei blauen augen ist jetzt nicht so ganz so weiß ich nicht also um gott zu willen kann man ja tragen aber dann wenn grün dann trage ich lieber so khaki oder sowas ja dann haben wir hier noch zwei maybellin color tattoos den einen habe ich schon lila trage ich nicht hatte ich beide von corinna bekommen einmal den on and on bronze wie gesagt den habe ich selber noch und deswegen kommt er jetzt der hier weg weil ich habe ja schon probleme mit meinen aufzubrauchen dann brauche ich keinen zweiten und dann halt die farbe endless purple und die kann man halt sehr gut als base verwenden und ja vielleicht kannst du ja was mit lila anfangen weil lila ist ja schon ziemlich beliebt so von der farbe her für die auf die augen nur ich trage dann gerne das was ich auch als shirt und habe dann würde ich mir lila lidschatten drauf tun aber sonst würde ich jetzt nicht auf die idee kommen und lila tragen dann habe ich hier ein paar einzelne lidschatten zwar einmal von p2 aus der metal black reihe ist das ein lila können kannst du zum beispiel als toproder für den lidschatten benutzen und zwar heißt der black and pink schaut so aus dann von essence den dance all night das ist überhaupt nicht meine farbe der ist so ich nenne es jetzt einfach mal gelb champagner mit so einem grünlichen touch dran also der gefällt mir mal gar nicht und deswegen vielleicht kannst du ja was mit damit anfangen was damit man den finde ich schon ganz schön den habe ich aber schon mal abgegeben ich hoffe das war es nicht du und zwar ist das plant mit ab aus der fanfare le die farbe sieht schon schön aus aber so silber habe ich schon so viele obwohl ich das so selten trage aber die pigmentierung hier ist der oberhammer also das ist schon da macht essence echt oft nicht immer aber oft richtig tolle sachen so dann haben wir hier ein silikon sponge den habe ich auch in der leben corinna bekommen aber ich habe einen und ich fand das jetzt nicht so ich fand das wirklich gut damit zu arbeiten also mit meinem aber ich arbeite dann doch lieber mit den beauty blendern nenne ich jetzt mal dann habe ich schon jelly pong pong habe ich hier diesen flüssig highlighter den habe ich selber und deswegen gebe ich den hier wieder ab ein rouge von nikak new york keine ahnung kenne ich nicht ist deins jetzt dann aus der cubanita le von essence diesen kraschen eyebrow ink den habe ich ja letztens erst aussortiert der ist mega gut wirklich mega ich finde den super mega cool allerdings ist er zu dunkel für meine augenbrauen deswegen für dich dann habe ich hier noch eine eyebrow pomade dazu gelegt aber als dickform also stift von maybellin auch und zwar diese brow bar drama pomade dann nochmal von susan den concealer quad hier brauche ich nicht aufzumachen das sieht man ja so dann von nix aus diesem matt finde ich eine reihe im setting spray ich hoffe du magst es matt das ist habe ich gerade erst getauscht gehabt im kleiderkreise und ich benötige es ja nicht das habe ich nur als beilage gehabt dann bekommst du meinen love lippenstück den ich gerade erst aus diesen love produkten die man da hat zugeschickt bekommen getestet habe den habe ich wirklich nur einmal verwendet dass die farbe amsterdam aber ich fand die farbe ganz furchtbar bei mir dann habe ich hier einen lidschatten ich habe ich letztens alle aussortiert deswegen da ist auch eins für dich dabei dann habe ich hier von bourgeois einen ganz schönen wenn man wenn es einem so steht die farben ein schönes blush in der farbe ja das ist holländisch französisch kann ich dann habe ich hier noch ein augenbrauen produkt sehe ich gerade und zwar von w7 den brow twister so schaut er aus der ist halt ziemlich dunkel und so wie diese ich glaube anastasia der beverly hills hat auch diese form einen davon ganz wenig benutzt fand ich jetzt nicht so toll dann habe ich schon lc n und von essens ein kajal und zwar ein und lila nur burgundi ton der heißt miss you much und von lc n ist das so ein eyebrow pencil den habe ich der ist noch mit tesafilm drum den habe ich zugeschickt bekommen habe ich nicht ausprobiert so dann haben wir hier noch einen ach so noch ein augenbrauen produkt man ich habe ja viele augenbrauen produkte dazu gelegt und zwar von art deco ist es dieses eyebrow wonder das ist halt habe ich auch getestet in meinem vier produkten video fand ich auch sehr gut aber genauso wie bei dem kubanita produkt zu dunkel leider dann habe ich hier von essens aus der winterglow le habe ich noch ein kleines pigment so ein dunkles und ich bin ja jetzt nicht so oft nicht so oft dunkel unterwegs so geschminkt jetzt kommen noch ein paar lidschatten von art deco den mod 20 vielleicht hast du ja eine magnetische palette wo du dir reinhauen kannst dann von p2 habe ich hier den just a wish away der ist das so ein trop mit so einem lila einschlag mit so einem oder flieder nenne ich es jetzt einfach mal dann habe ich hier von nix der ist an der seite leicht gebrochen wegen meinem letzten trashpäckchen war das nämlich drin und zwar ist es die farbe odyssey und die farbe ist wirklich sehr schön ist nämlich ein ganz dunkles blau mit glitzer drin und wie ihr siehst der ist so ein bisschen gebrochen aber ich werde auch schauen dass ich das gut verpackt oder heil ankommt dann haben wir hier noch ein paar lidschatten ach so hatte ich schon erzählt 50 produkte 50 produkte sollen es sein plus wie gesagt ein etwas teueres ich hoffe ich habe das richtig jetzt im kopf dann habe ich hier von mny den habe ich auch meinem letzten trashpäckchen gehabt diese farbe 903 a nennt sich die dann von essence aus der 3d reihe ist das der irresistible mermaid kiss das ist diese also davon habe ich jetzt auch schon ein paar aus dieser reihe und diese lidschatten die sind der hammer die sind so krass pigmentiert und da habe ich mich noch einen hier für dich dann und der heißt irresistible first love das ist halt so ein grau und so ein ganz leichtes rosé ich mache das mal auf also die sind schon wirklich sehr stark pigmentiert ich gehe da jetzt mal kurz rein um euch das zu zeigen guckt euch das mal an die sind unglaublich pigmentiert und das bleibt doch so auf dem auge und nicht so dass es irgendwann runterfällt so dann habe ich auch aus dem letzten trashpäckchen den rimmel lidschatten in der farbe bronzed ähm von essence ich glaube die sind alle aus diesem paket die farbe happy hour so ein petrol farbener ton aber davon habe ich letztens äh irgendwo hier hin ich habe nämlich zuletzt irgendwann so einen petrol ton schon gekriegt schaut mal und so viele brauche ich dann nicht muss ich auch auf jeden fall ausprobieren und dann von rival de loup den habe ich ausprobiert ich fand die farbe auch sehr schön allerdings so viel brauche ich dann so viel brauche ich dann doch nicht und das ist hier also so viel silber wie hatte ich ja eben schon erzählt mit dem fanfair produkt das ist die farbe silber marshmallow von rival de loup eintun ähm dann habe ich hier einen nix pigment in der farbe nude pearl dann ähm ich habe gerade mal durchgezählt ich komme so auf 52 produkte wenn ich mich jetzt nicht irre also eigentlich 50 aber gut hatte ja auch so kajal dabei und so ich denke das wird dann hinhauen ich habe nämlich auch genau machen wir erst mit den nagellacken weiter und ich habe nämlich hier auch so ein bisschen was proben mäßig die ich dann halt auch einzeln gezählt habe obwohl wie gesagt ich habe ja insgesamt zwei in fünf stunden passt das alles irgendwo und zwar aus der balea winter magic ne magic winter reihe habe ich hier einmal das peeling die nachtpflege die aqua lotion und die fußbutter verpackung wird finde ich ja sehr hübsch so dann habe ich hier ein paar nagellacke vier stück wenn ich richtig sehe und zwar einen so einen kleinen von kiko und move ton dann von catrice aus der vinyl scheinreihe das ist die farbe vinyl braun dann von essens wie heißt denn rock my soul das ist so ein hallo stelle scharf so ein türkis und dann auch so ein glitzer topper von rival de loup ist das für keine ahnung wie der heißt ach hier mars invasion ja wenn ich glitzer mögen würde auf dem nägel wäre der mega geil dann haben wir hier noch ich weiß gar nicht genau das war so eine lip butter ich finde diese verpackung sehr hübsch die habe ich im letzten trash päckchen drin gehabt ja die ist halt noch nicht verwendet gewesen die schaut nämlich so aus bin ich eigentlich interessant aber ich benutze was nicht so und dann dann habe ich hier noch ein das ist so nagel treatment das ist halt eigentlich sind das zwei phasen oben ist durchsichtig unter ölig unten ist es blau dann kann man das schütteln und dann kann man sich das auf die nagel rausschmieren aber ich bin für sowas zu faul dann habe ich hier ich habe gerade irgendwie ein deja vu ich habe das gefühl das habe ich im letzten trashpäckchen schon reingetan gehabt komisch wäre ich gerade ein deja vu oder habe ich zweimal gehabt ist ja auch egal die raven colors day foundation hierfür ölige haut ja ich habe voll das deja vu die habe ich doch naja gut egal auf jeden fall die tue ich dir dazu dann haben wir hier vielleicht kannst du damit was anfangen und zwar ist es so ein make up cover ja also ich denke mal das kriegt wirklich vieles weg ist richtig hell und zwar ist das halt so eine es ist halt so eine ganz ganz helle foundation die richtig schön abdeckt vielleicht ist das die die wo man auch bei facebook manchmal sieht dass sie tattoos abdeckt oder so ich bin mir nicht sicher und dann habe ich hier noch ein paar produkte aus dem bad fange ich erstmal an bei diesen bei diesen drei produkten die habe ich im letzten trashpäckchen nun gehabt aber ich habe da ein bisschen angst vor das zu benutzen weil ich ja so empfindliche haut habe und solche produkte verwende ich nicht aber die sind noch alle zu ist mit warm vanilla und lime blossom das ist einmal badezusatz duschgel und die passende body lotion dazu dann hier diese antizellulite booster soll keine anspielung sein die habe ich als zugeschickt bekommen aber ich verwende sowas nicht weil es nichts bringt und als bei die lotion will ich sie nicht benutzen weil ich zu viele andere da habe und deswegen gebe ich die sich erweitert und dann habe ich hier noch die body lotion von christina aguilera touch of seduction und dann noch von got to be das beach babe für einen mermaid look das gebe ich dir dann auch noch dazu also wir kommen hier tatsächlich dann auch wenn ich mich nicht irre ich kann ja noch mit euch zusammenziehen also sogar 54 teile wobei ja manche proben sind und so was und dann passt das denke ich wieder so dass es okay ist jetzt sind wir hier tatsächlich schon ein bisschen über die stränge geschlagen mit dem video von der länge ja ich werde mich jetzt ganz schnell verabschieden und im anschluss seht ihr dann ja das was ich bekomme oder bekommen habe ja ich habe hier zu meinen füßen ein sehr schweres päckchen und zwar so groß ist es also voll süß hier steht wartet mal ich mach mal ganz kurz so die amazon baby box steht hier unten ich mach mich hier naja auf jeden fall habe ich ja wieder getauscht mit der heike das ist das zweite mal dass ich mir die ein trash päckchen mache meine sachen die ich ihr schicke habt ihr ja schon gesehen und das päckchen kam gestern an ich war aber schon komplett im schlaf look und ungeschminkt ja gut das ist jetzt nicht so dramatisch hätte mich ja ständig in get ready was mies noch aber ich hatte keinen bock aber ich muss dazu sagen es hat mich tatsächlich schon gelockt dieses paket aufzumachen ja aber das machen wir jetzt gemeinsam sehr schöne box sehr schöner so karton finde ich zeitungen lesen wir mal woher kommst du denn sonnabend also das heißt du kommst wahrscheinlich aus dem süden wahrscheinlich so ist das so münchen die ich hab doch deine adresse ein bisschen dämlich gerade ne darf ich das sagen lassen wir mal aber ich weiß nicht woher dieses das kommt aber ich denke mal dass es schon so im süden ist weil wir sagen so weil sonnabend ist das von euch samstag oder sonntag ich wollte erst mal die zeitungspapier so hier ist ein kleiner brief also ein paar worte liebe jenny ich hoffe dass auch diesmal einiges für dich dabei ist viel freude beim auspacken und aussortieren liebste grüße heike dann schauen wir doch mal hier ist das erste was mir ins auge fällt ist ein pinsel täschchen davon habe ich auch so viele auch in real technik habe ich mir gedacht weil diese real technik die kann man glaube ich irgendwie wie war das nochmal weiß ich jetzt nicht mehr auf jeden fall konnte man damit irgendwie besonders so dass das sich so hinstellt ja habe ich auch ein paar von guck mal hier wie witzig ist das denn ich glaube ja wie cool ist das denn ich habe mich gerade mit einem lippenstift auch von der war was das denn für ein vieh moti habe ich jetzt kaputt gemacht ich habe mich gerade mit einem lippenstift aus der nights to remember le von rival de loup geschminkt habe die farbe nummero drei drauf die nummero zwei habe ich noch in meinem schrank und das habe ich hier bekommen die nummero 1 wie cool ja muss ich doch direkt mal ausrönen ach der ist auch so nude aber der geht so ein bisschen ins rosenholz rein ich weiß da hatte ich damals habe ich auch vorgestanden aber habe ich da nicht mitgenommen weil ich braunen töne mitnehmen wollte aber das ist trotzdem sehr cool wie cool ich habe das habe ich bei der titsche schmidt glaube ich habe ich das hier gesehen und zwar ist dass das catrice fixier spray prime and fine das soll wohl echt gut sein für trockene haut zumindest und da bin ich gespannt drauf so dann haben wir hier von p2 summer attack ist es ein tropical cream lipstick in der farbe heatwave habe ich gerade ein deja vu oder keine ahnung auf jeden fall dass die farbe die links sieht schon schön aus die verpackung krass mega orange es gab doch mal ein lied das heat wave ja das muss ich mal im sommer ausprobieren ich glaube das wird mir tatsächlich zu krass sein ich hatte meine ganze zeit lang fand ich mal orange lippen schön und dann habe ich irgendwann auch gelassen und aussortiert ach ja genau und aussortiert ganz viele orange töne naja lash brow designer von catrice ich habe keinen drauf ich habe nur meine eyebrow pomade drauf oder sogar ein großes ach so das ist so ein spoolie soll das sein achtet mal seht ihr das ach ja klar deswegen auf der einen seite lash und auf der anderen seite für die braunen ist auf jeden fall eine coole idee doch cool dann haben wir hier von maybelline fit me einen concealer in der farbe numero 10 hatte ich auch mal aber ob das die 10 war kann ich euch nicht sagen scheint etwas dunkel für mich zu sein leider dann haben wir hier ein paar stifte sehe ich hier oben liegen und zwar von p2 und riva de loup genau also zwei p2 lip liner und einen von riva de loup von p2 die beiden heißt einmal stylisch lady ist halt rot cool und der andere heißt nautiger der ist was krasses für den sommer guckt euch die beiden mal an hier und der andere von riva de loup ach ne ist ein eyebrow pen entschuldigung heißt sand einfach nur und die farbe könnte auf jeden fall was für mich sein konsistenz schauen wir mal schauen der schaut übrigens so aus davon habe ich gerade einen aussortiert von von diesen müsseln lippenstiften das so ein rot gewesen mit leichten pink einschlag wird das jetzt bestimmt auch sehr pink ich nur ja krass den werde ich nichts wort schon weil er ist komplett neu schaut euch den mal an der bleibt so ich werde ihnen nämlich mit sicherheit nicht verwenden und dann wäre das traurig wenn er schon benutzt ist deswegen landet der in einem weiteren päckchen